Machen sich die Menschen jemals Gedanken darüber, was unter unseren Straßen passiert? Natürlich nicht. Die Leute sind beschäftigt. Sie reisen, treffen Menschen und haben wichtige Dinge zu erledigen. Niemand sieht, dass unsere Kanalisation altert. Nur ein paar Meter unter unseren Füßen. Die Menschen sehen die Auswirkungen nicht. Mehr Starkregenereignisse können zu gesellschaftlichen Problemen führen, Infrastrukturprobleme, Umweltschäden und überlastete Kanalnetze. Aber wissen Sie was? Die Leute sollen das auch nicht sehen. Abwässer- und Regenwasserlösungen wurden geschaffen, um unsichtbar zu sein. Sie, als Experte, wissen das. Sie wissen, man benötigt viele Ideen und Lösungen, um eine zukunftssichere Stadt zu schaffen. Deshalb haben wir Wavin Spotlight erschaffen. Ein Projekt, das das Ziel hat, Abwasser- und Regenwassersysteme ins Rampenlicht zu rücken. Erfahren Sie mehr über das Wavin Spotlight-Projekt unter wavin.de-spotlight.